Hallo liebe Lasker, da ist der Übster Ernst. Ich bin gefragt geworden, ob ich vielleicht für die Plattform seit 1908 eine Nachricht an die Lask-Fans hinterlassen kann. Natürlich mache ich das gerne. Ich bin momentan noch einmal in Salzburg. Wir sind ja leider abgestiegen. Ich spiele noch bei der Austria. Ich habe mich entschieden zu dem Schritt, dass ich da in der Region Adeliga bleiben werde. Ich mache nebenbei Ausbildung im Wirtschafts- und Sportmanagement. Das ist auch das große Ziel, dass ich das in die zwei Jahre, wo ich jetzt Vertrag habe, abschließe. Und natürlich auch vielleicht zu alten Erfolge zurückkehren, dass wir vielleicht wieder die Möglichkeit haben, da mit der Austria aufzusteigen. Für den Nasker hat es ja leider letztes Jahr knapp nicht gereicht. Es tut mir ein bisschen wem im Herzen, muss ich ehrlich sagen, weil ich jetzt bin Lask richtig, richtig vergummt. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass die ganzen Verantwortlichen vom Vorstand, vom Präsidium über den Trainerstab und dann natürlich die Spieler, dass da hervorragende Arbeit geleistet wird. Und ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Jahr soweit sein wird. Der Lask wird am Ende ganz oben steht, da bin ich überzeugt davon. Natürlich brauchen die Spieler, so wie es bei jedem ist, die Unterstützung von euch auch im Stadion. Ich werde mir das Ganze von daheim aus anschauen, werde wahrscheinlich das auch sicher mitverfolgen und duke euch natürlich die Daumen und liebe Lasker, schaut, dass am Ende ganz oben steht. WDR mediastisch Vielen Dank.